Oh, ja. Sorry. Willkommen zu uns. Aber... Hä, warum muss ich mich jetzt verstecken? Ja, das geht ja gar nicht. So. Anser. No report. Schwierig. Deine Siege, Alter. Reformati ein. Blendlos. Ey, Nils, weißt du, was ich dich jetzt... Weißt du, was ich jetzt mach, ne? Ich glaub ich, äh... Alter, was gibt's denn da für Format, was man nochmal machen kann? Wer hat das? Ich versteck mich einfach hier. Ich versteck mich. Oh, was ich schon... Ha, 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 ha. Cheeeet, oh, man. Oh, man... Ich kann mich als Geister auch noch scannen. Die schwebt gerade vor dir. Schau mal, ich bin außerhalb des Schiffs. Jetzt bin ich hier. Ich stehe hinter hier. Ich mache hier gerade Faxen. Und die haben mich gewunden. Jetzt ist es nett. Tschüssi. Keine Beleidung hier. So, als Kinderfreundlich bleiben. Ich bin hier. Hast Puppe aufgerufen bestimmt. Ey Leute, ich sehe gerade aus wie Knossi. Mit der Bohnen auf dem Kopf. Ja, ich kann das nicht. Ich bin hier. Leute, die Weihnachtszeit sind eine Monopliebe. Oh nein. Ich war ja schon. Einfach kein Update. Ich bin hier. Leute, wir machen uns wieder zum Sheriff. Wir sind wieder Sheriff, vielleicht wie Polaris. Komm, schnarrt. Sie sind hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Einfach geil. Ich fahr ja alles weiter. Kann sein, dass sie gleich mal weg. Ich bin hier. Warum willst du wissen, dass ich jetzt nicht bin? Hey, wo bist du? Hey, wo bist du? Hey, wo bist du? Hey, komm jetzt mal mit. Hey, komm jetzt mal mit. Hey, du bist halt nicht da. Hm, was will ich denn verletzen? Wurde uns erstmal sehr bestimmt, damit da nichts passiert. Nice, jetzt ist gelöftet. Was ist das für eine Luik? Starna, ich werde an uns in der Spürsendung, wenn soweit sein Leben geht. Gegen meine Hand auf den Gell. Meine Mesterin hat es Geld. Das ist ein bisschen Wow. Das kann ja schlecht bei den Namen nehmen, Leute. Wahrscheinlich singe ich das. Aber das hat Schmocki damals benutzt, das war richtig der Ende gewesen. Alte Zeit, Leute. Leute, würde mich nicht wundern, wenn die jetzt wieder aufgedeckt haben. Nee, das ist nicht. Mal schauen, wie der älteste aufbist, der wieder da ist. Sonst spielen wir ja zu lange ein paar Ründchen an eine. Kein Ding. Eigentlich wollte ich heute gar keinen Arm und Astrid, Leute. Eigentlich wollte ich heute noch ein Reaction-Video und eben noch ein Streamer-Video drehen, wo ich hier einen Streamer auf Twitch zuschauf. Hat aber nicht so ganz geklappt. Okay, Leute, dann gehen wir mal selber rein. Mein Game. Ey, warum komm ich hier denn überhaupt keine Ründchen rein? What the fuck? Ja, hier geht's. Ey, nein, ich spiel nicht. Nein, 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 nein. Das fang ich nicht an. So. Die Schnelligkeit, Alter, die geht mir umsinnig. Ey, mach uns doch nicht so langsam. Bist du auf. You're dead. Fies. Ey, warum seid ihr so langsam? Das Bild läuft mich voll. So langsam zu laufen, das ist ja wohl echt. Ja. Auf. Guten Morgen, Kollegen. Es geht. Einfach ganz normaler Rundleum, man kennt's nicht. Ich finde, die ist eine Möglichkeit. Ich glaube ich jeden, die ist vlogging. Ich weiß nicht. Die ist bei der Wften Tree. Ich dachte, ran I. Ich schneide mir. Ich weiß nicht. Das war ich nicht. Ich wurde ja als erstes abgestochen. Ekelhaft. War es nicht, also halt einfach auf Augen und schau mal gut. Wird ihr ein bisschen stumm sein, weil das Ding ist, wenn die jetzt einfach mitkriegen, dass ich da rede und ich nicht stumm gestellt bin, dann merken die das, dass der wach war und dann, ja, die es grießt mich. Schaut, ob er sein Handy abgeben muss, ich weiß nicht. Er weiß nicht. Bin mal gespannt, ob er nochmal wiederkommt, oder nicht. Er weiß nicht. Das war's. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Sprüh. Jetzt war ich gerade mit dem Donut. Ich verarsche. Die Knappen. Aber Ende, der stimmt für euch. Nein. Ja. Bitte. Oh, ja. Bei dir, du schöne Dach, noch die Gier. Kannst denn noch Fernsehen klotzen? Scheiße. Was machst du da? Ja, Mann. Okay. Ciao, ciao. Oh, Leute, der Arme. Ja, am Wochenende darf er gerade sein Helden. Ja, was ist die Logie von den Eltern? Alter, was ist die Logie von den Eltern, Alter? Was ist schon denn? Komplett verkalkt, oder was? Ach, Digga, was ist mit der Mucke los, Jo? Oh. Ich kriege hier einen Abfall, denn ich sehe, dass die Musik wieder nicht läuft. Pfff. 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 Bf. Ich habe dich mal nie gehört. Ehe, ehe, ehe. Oh, man. Äh, nur weil ich den selben Hut hatte oder wie? Oha. Leute, was haben die ganzen Arten- und Arten-Spieler heute gegen mich? Ich hab denen doch nie was getan. Boah. Alter, dann krieg ich grad Gänsehaut. Aber ich hab denen ganz getan. Richtig dumm. Das ganze Spiel, Alter. No joke. Einfach nur seltsam. Fühl dich einfach nicht. Fühl dich und glück dich. Ja, ich bin ein Scherz. Ich bin ein Scherz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 No way Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, Dinger, noch mehr ist immer great, ey Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach je, Alter, jetzt tut mir echt gerade leid Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das kann nicht sein, Alter Ja, so schlecht Tja, soviel dazu. Ja Leute, ich hoffe euch hat es mir gefallen. Gerne den Abo-Button, Glock aktivieren, um nichts zu fassen. Gerne auch einen Daunt nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer eher durch. Dann würde ich sagen Leute, euch noch allen eine schöne Nacht und bis zum nächsten Video. Tschüss!